moin moin und herzlich willkommen zu einer weiteren folge des autodrive und cosplay tutorials ja wir sind hier immer noch auf der stappenbach und sind dabei die wege einzufahren ich stehe jetzt an einem feldweg und bin gerade am überlegen wie wir den am besten anbinden normalfall wäre hier genug platz eine hin- und eine rückspur zu machen wir könnten zwar eine einbahnstraße machen das problem ist an einbahnstraßen ist wenn man zu viel wenn man zu viele davon macht kann es zu problemen führen er kann es dann bei autodrive zu berechnungsfehlern und so kommen ja wir hätten theoretisch genug platz hier also hier kommt auf jeden fall eine einbahnstraße hin das können wir auch schon mal machen weil zum feld und vom feld das ist kein ding da kann man da kann man eine nehmen das ist kein problem also das ist eine einbahnstraße eigentlich so eine hin und rück ding ist ja keine einbahnstraße ja danke noch mal für den hinweis rechtsklick auf aufnahme macht die blaue linie die dann in beide richtungen gefahren werden kann das fehlte mir in den neuen in dieser neuen version hier ein bisschen ich habe das gesucht aber irgendwie bin ich da nicht drauf gekommen auf jeden fall danke noch mal für den tipp so wir sind jetzt hier am feld das ist auch der punkt dafür jetzt muss ich mal gucken wie habe ich das denn benannt selbst werde해 da fällt lehrzeichen zahl dann haben wir hier fällt 10 und können die auf sein oder beenden ja wir ziehen den punkt mal ein bisschen aus dem felder hat das wieder an hier ein bisschen aus dem feld raus hält er nämlich schön vor dem acker ich finde das gut so ja und ich glaube hier auf dem feldweg machen wir das ganz einfach da stellen wir uns so hin dass wir hier eine hin- und rücktour machen können ich hätte das hatten fahren jetzt über die wiese der weg ist ja breit genug so immer wieder ob ca zu hilfe so starten die aufnahme und los geht's so hier kreuz gleich ein weg oder auch nicht optisch geht da noch ein weg nach unten weg auf der map so ja das ist perfekt gucken wir uns mal wie sich das dann hier unten verhält dieser weg da gibt es zu dem anleger hier längst er komplett einmal an dem deich an dem kanal links und hier ist aber einfach hafen ende ja gut ich glaube dann brauchen wir den weg auch nicht wirklich weiterführen das wollte ich ja eh mal gucken ob sie das lohnt aber ich glaube dann irgendwie nicht oh nein so dann machen wir mal lieber unsere verbindung zurück und da würde ich sagen dann machen wir denn fangen wir hier an starten die aufnahme und los geht's dann können wir jetzt gleich die einfahrt von dem acker hier verbinden und ich würde sagen wir können dann mal gucken ob wir schon irgendwie eine verkaufsstelle noch anbinden können können wir da rein verschieben müssen wir mal gucken mit den punkten eventuell könnte das nicht ausreichen brauchen wir auf jeden fall einen von da nach da brauchen wir auf jeden fall einen von da nach da und von da nach da können wir den nehmen den können wir auch ein bisschen weiter hier rüber legen nein danke nein danke ne machen wir anders hallo was ist denn hier wieder los geht doch so den nehmen wir weg machen das so und so das gefällt mir besser so dann haben wir dann haben wir dann haben wir den punkt da müssen wir einmal von der bahn raus aber ich glaube das ist nicht so gut wenn wir den punkt nehmen ich würde mir eher den hier nochmal her holen wollen dann verbinden wir das mit dem holen wir uns den hier lieber nochmal her und den verbinden wir mit dem so jetzt ziehen wir diesen punkt hier nach da und verbinden das miteinander hallo nicht richtig geklickt dankeschön und dann ziehen wir den punkt nach hier vorne und so ja jetzt oh jetzt weil das denn warum ist das in dem traktor das ist doch falsch quatsch grad jetzt haben wir auf jeden fall die verbindung von da in alle richtungen das heißt wir haben wieder ein feldmeer angebunden hier ist jetzt auch so ein spezialfall das ist ein ganz spezieller fall da haben wir nicht viel platz zu der feldeinfahrt und ich bin auch noch am überlegen ob wir die da so überhaupt machen ja aber ja es ist aber eigentlich der beste der beste weg also wir machen jetzt dann da einen punkt und da einen punkt den verbinden wir so rum auch dann haben wir die blaue linie es ist alles nicht so einfach die verbinden wir das nächste mal weiter da muss ich mir nochmal nen kopf drüber machen das war jetzt Feld 9 da muss ich nochmal überlegen ob das wirklich so die beste lösung ist hm so hier hätten wir noch einen Feldwegzugang hier ist der verkaufsstelle glaube ich ja das ist doch noch eine produktion hier das ist die mühle oha glaube auch hier müssen wir mit so einem zwei wege system arbeiten zumindest von den stückchen ja das ist die mühle seed ja go ja nicht die Füllung. Und hier machen wir mal eine Mühle Entnahme hin. Dann machen wir erstmal auf hier mit der Aufnahme. Und jetzt würde ich sagen, wir verbinden das mit dem und machen das so. Dann haben wir nur so einen kurzen Verbinder hier. Halt an Traktor. Wir müssen natürlich von hier in die Richtung fahren können. Und aus der Richtung kommen müssen wir natürlich hier auch drauf kommen. Das fahren wir jetzt schon mal so. So, dann müssen wir von der Mühle weg in die Richtung fahren können. Wurden wir mal nicht so heftig machen und von da zur Mühle. Das sieht doch ganz vernünftig schon mal aus. Das sieht doch schon mal ganz vernünftig aus. So, hier haben wir das Edeka Center. Den Edeka Center. Das ist aber ein Verkaufspunkt, oder? Edeka Aktivmarkt, ja. Und dann fahren wir nämlich hier hinten durch, so wie es aussieht. Ja, ich glaube da ist es auch am besten, wenn man das so regelt, dass der auf der einen Seite da rauf fährt und auf der anderen wieder runter. Wir verbinden aber jetzt mal eben hier die Straße noch. Das ist eine ziemlich breite. Da können wir uns ja ruhig, ruhig Platz nehmen. Ne? Noch mal hier. Oh, so. So. Und auf geht's. Durch Record. Hier habe ich gedrückt. Aber doppelt geklickt. Oh, ei, 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 ei. Was mache ich denn heute wieder? Zordel, 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 zordel. So. Jetzt aber. So. 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 Und hier müssen wir die Kurve fahren. Weil das da oben ja schon der Hof ist. Eieiei, das ist aber ne enge Kurve hier. So. Oh, schöner Brun. So. Und das setzen wir erstmal bis hier hin. Nehmen wir uns den Punkt hier vorne hin. Ja. So. Dann machen wir noch die Rückspur. Die Straßen könnten ruhig alle so breit sein wie die hier. So. Wird lustig hier den Anschluss in der Kurve zu machen. Ja. Ja. Ich würde sagen, das Verbinden machen wir in der nächsten Folge. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Danke, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Bis dahin wünsche ich ein schönes Wochenende. Ciao, ciao.